Schön, dass du da bist, liebe Waagli. Ich schaue mir in dieser kollektiven Legung an, wie es mit euch beiden weitergeht. Das heißt, es geht um eine ganz bestimmte Verbindung, welche das ist. Es wird sich zeigen, es geht um den Lebensbereich Liebe. Also nicht um eine Arbeitsbeziehung oder die Verbindung zu deinem Kind oder zu deiner Nachbarin. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann des Straßes geht, entsprechend um eine kollektive Legung, der setzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Beachte den Aszendenzzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen und ich schaue für den Zeitraum so 1.2. August 20, 23 bis Mitte September 2023. Ja, liebe Waage. Jetzt war ganz kurz um Energie für den Fisch. Waage. Also das ist die Legung für meine liebe Waage. Also bevor ich jetzt irgendwann Fisch gesagt habe, nein, das ist die Waage-Wegung. Gut. Okay. Schau, ob du dich da wieder findest. Liebe Waage. Waage, Waage, Waage. Dein Gegenüber. Hoppala. Okay, das will so bleiben. Was hat er denn dein Gegenüber zu sagen? Das ist einmal die erste Botschaft, die du kriegst und dann schaue, wirklich nur in eurer Situation ein und dann warst du ganz genau, ob du da mit dabei bist. Waage. Waage, 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 Waage. Die sind auf Englisch die Korten. Übersetzt es. Ja, nach dem Sinn. Nicht jetzt Wort für Wort. Ich verliere mich in den Gedanken an dich, wenn ich ganz bestimmte Lieder höre, Songs höre, ganz bestimmte Musik höre. Ich bin mir unsicher in mir drinnen. Ich weiß nicht, ob ich dich glücklich machen kann, ob ich dich wirklich glücklich machen kann. Und, liebe Waage, wenn ich mit dir zusammen bin, fühlt es sich so real, so stimmig an. Ich habe Angst, zu tief zu fallen im Sinne von dieser Gefühlstiefe mit dir, weil es so eine Tiefe hat. Unsicherheit, aber sehr starke Anziehung. Okay. Schauen wir weiter, liebe Waage. Hoppala. Was darfst du denn wissen, liebe Waage? Übrigens zum Thema Liebe habe ich eine Podcast-Reihe erstellt. Die ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es jetzt wieder hochgeladen und zur Verfügung gestellt, in dem Fall auf Vimeo. Und den Link findest du in der Infobox genauso wie den Link zur Fortsetzungslegung, die ich gleich im Anschluss an diese Kartenlegung mache. Schau dir einfach auch von dieser Podcast-Reihe den Trailer an. Der dauert ein paar Minuten und da wird genau beschrieben, was du in der Podcast-Reihe, um was da geht eigentlich. Thema Liebesbeziehungen, aber es ist nicht rein nur das Partnerschaftliche ausschließlich, sondern da geht es um ganz, ganz viel Schattierungen der Liebe und Themen der Liebe. Dauert ein paar Stunden, diese Podcast-Reihe, sehr ausführlich. Gut. Vielen Dank. Da geht es um eine Verbindung. Entweder sogar eine Ehe, Partnerschaft oder wirklich eine eher ähnliche Verbindung, beziehungsweise eine Verbindung, also wenn du sagst, ich habe keine Partnerschaft gelebt oder so, dann ist es so eine gefühlsstarke Verbindung, wo es wirklich auch Aussicht auf Partnerschaft hatte, ich sage hatte, weil die vier Schwerter liegen und da ist ein Stillstand, da ist Pause. Ja, also wenn du da resonierst, liebe Waage, ist Pause, vier Schwerter, da ist kein Kontakt mit euch, ich lege ja auf eure Verbindung. Und da ist irrsinnig viel Gefühl da, und da liegt schon der Kandidat, der König der Münzen, liebe Waage. Und es arbeitet in deinem Unbewussten, es ist dir nicht wurscht. Was arbeitet in deinem Unbewussten, das ist eine irrsinnige Anziehungskraft, und da ist wirklich Liebe, Anziehungskraft. Da wurde eine Entscheidung getroffen, jetzt liegt der zweiter Mann, schau dir so an, liebe Waage, der dich beobachtet. König der Schwerter und Bube der Schwerter. Okay, das darfst du auch spüren und einfach bei dir im Feld sein. Also, zweiter Mann, aber ich möchte jetzt auf den, zwei Männer, Waage, zwei Männer. Was sagt er dann, der Zweite? Er beobachtet die und er sagt zu dir, ich bleibe weg von dir, weil das Letzte, was ich mag, ist, dich zu verletzen. Also er hält Distanz, weil er dich nicht verletzen mag. Das ist irgendwie beobachtet, er dich. Okay, 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 okay. Herr Zur, liebe Waage, spüren dürftest du diesen Mann, ja? Weil sonst lagert es nicht im Feld deines Unbewussten, ja? Du spürst eben eine zweite Energie, zwei Männer, ja? In der Vergangenheit, in der jüngsten, liebe Waage, ist es so, dass du halt, da hast du einen Rückschau auf die Vergangenheit gemacht hast, in der Vergangenheit, ja? Und in den fünften Kälchen. Und was du so Traurigkeit und Trauer gelebt hast, gefühlt hast, ja? Und in deinem Bewusstsein ist so, also du dürfst diesen zweiten Mann wirklich sehr stark spüren, ja? Weil im Bewusstsein ist, dass es eine Entscheidungssituation ist, ja? Mit der Justice-Karte, also mit der Gerechtigkeit. Und es gibt nur eine Entscheidung für den oder den. Und nachdem wir da zwei Männer liegen haben, liebe Waage, das spürst du. Nämlich, weißt du, in welchem du möchtest. Also der bleibt ja fern von dir, weil er dich nicht verletzen möchte. Aber trotzdem ist er im Feld, ja? Ja, also, was mag er denn sonst noch sagen? Okay, er bleibt fern von dir und sonst noch. Dass er extrem viel gerade in sein Leben vor sich geht. Und er alles da irgendwie auf einmal schaffen mechert und muss. Und er total unter Druck steht. Pressure. Aber was mag er dir sagen? I can't stop thinking about our intimate times together. Ich kann nicht aufhören, an unsere intimen Zeiten, unsere intimen gemeinsamen Zeiten zu denken. Die Karte heißt sensual, also sensibel. Das heißt, die Intimität kann die Erotik sein. Liebe Waage, kann die Erotik sein. Es kann aber auch sein, was du, dass ihr intime Gedanken ausgetauscht habt. Dass ihr ganz intime Gefühle ausgetauscht habt. Also, ihr kann nicht aufhören, an dich und an eure gemeinsamen Zeiten zu denken. Gut, du spürst da beide. Du bist, du siehst dich selber so, dass du sagst, weißt du was, ich lasse die ganze Vergangenheit hinter mir und schaue nach vorne in Liebesdingen aus. Was kommt von außen auf dich zu? Es kommt das auf dich zu, was in deinem Seelenplan steht, also was in deinem Seelenplan ist. Und auch, was du ausgestreut hast, ausgesät hast, was du gepflanzt hast. Das, also was du an gutem gepflanzt hast, und das ist jetzt ein dritter Mann, der Magier. Der kommt auf dich zu. Der ist definitiv Single. Und findet dich wunderschön, wertschätzend. Und ist ein echter Macher. Selbstbewusst. Selbstbewusst, der Magier und der König der Stäbe, wow. Danke übrigens für dein Abo, fürs Liken, wenn es dir taugt, natürlich nur. Und fürs Teilen von meinem Kanal. Der hat auch mehrere Angebote, gell. Also, das hat er schon. Aber er weiß, was er mechert. Er weiß, was er will. Und er nimmt nicht jedes Angebot an. Er schlägt auch ab. Und was bringt er dir entgegen? Klarheit, Entscheidung. Sehr, sehr viel Intuition und Heilung. Boah, Seelenheilung. Seelenheilung. Und er verlässt diese Neutralität in sein Leben und bringt dir das Astakälchen entgegen. Gut. Ah, das ist sehr schön, liebe Waage. Das heißt, es gibt einen Mann, mit dem alles ruhig gestört ist. Einen zweiten, der an dich denkt, aber nicht auf dich zukommt. Okay. Einen dritten, der sehr wohl auf dich zukommt. Das schon. Und der schaut wunderbar aus. In der Fortsetzung schaue ich mir näher an, welcher, also ob vielleicht auch der nochmal Thema wird, wo du als Pause bist, oder ob der andere, wirklich der König der Schwerter, doch auf dich zukommt. Oder ob der König der Stäbe, ja, oder Magier. Beide sind ja da aufgeschieden, also es ist eine Person für dich, die immer wird, ja. Fortsetzungslink in der Infobox, gell. So. Die Tendenz. Ja, dir geht's gut, Waage. In der genannten Zeitspanne die Herrscherin und die Neuen der Kelche. Weil es ist gerade wieder ein langes Reading, aber ich kann es nie genau sagen, liebe Waage. Ja, schau dumm aus, als die total Herrscherin, du siehst, wie wunderschön du bist. Du bist die Traumfrau überhaupt und du lernst nicht zurück, dir geht's gut. Du lernst nicht zurück, du bist wirklich umworben, du fühlst dich extrem wohl. Das ist eine sehr passive Energie, also du lernst dich wirklich zurück und lässt die Dinge, Sachen, Liebe auf dich zukommen. Und du weißt, dass du super bist, wunderbar bist. Dieses Bewusstsein kriegst du. Wow, Waage. Ich freue mich sehr. Ja, wir sehen uns, wenn du möchtest, in der Fortsetzung. Spiel einfach ein. Da schauen wir jetzt noch an, wirklich, welcher von diesen Kandidaten kristallisiert sich da raus sind. Sehr, sehr interessant. Und auch den einen oder anderen spirituellen Rat an dich. Schauen wir auch. Und ein bisschen was Näheres von deinem Gegenüber, der sich da rauskristallisiert, wollen wir auch wissen. Liebe Waage, pass gut auf dich auf. Viel, viel Segen für dich und vielleicht ja bis gleich in der Fortsetzung. Stella Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020